Erstmal Mannheim. Mja! Habt ihr hört? Das H muss mal ganz leicht hauchen. Und dann Mnam. Mja! Mnam. Schon wieder was vermacht. N hatten wir. Ach N, wo wir auch machen. Hab ich schon wieder vergessen. Nürnberg. Gräbenrün. Auch wieder eine lustige Verstättung, oder? Alles ist immer lustig rückwärts. Das ist jetzt schön. Da kommen schon mal so Kreationen raus. Die hatten wir ja vorher noch gar nicht in der Verhiernung. Das kann man ja noch gar nicht verplanen. Weil ich weiß ja auch nicht, was ihr immer alles so hier reinverschreibt. Und dann kommt das ja spontan raus. Der ganze verblödsinnarisierte Mist. Den ich da so verzapfe mit euch. N. O. O. Deutsche Stadt mit O. Rückwärtsrisiert. Out of the brain. Not really from the paper. Paper, ey. Yeah, rock'n'roll. O. Hab ich schon mal eine Stadt hier sehen? Oberhausen. Da war ich ja schon mal. Das ist ein großes Einkaufszentrum. Oberhausen. Ach, Echsenmenschen, ja.